Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Crash Bandicoot 3 Warp. So, dann würde ich da weitermachen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Mit den 8 Level Hog Ride, dann würde ich sagen Attacke. Und ja, Crash kann auch Volleyball spielen. Okay, okay, mit RT beschleunigen, mit LT bremsen. Wie viele, drei zu Kisten. Ja, okay, das ist halt diese Renngeschichte halt. Man muss Erster werden halt, um den Kristall zu kriegen. So, ich versuche auch, das Ganze auch noch, nebenbei noch alle Kisten noch zu kriegen. Ah, hab schon alle. Ah, komm schon. Okay. Okay. Okay, das war wirklich aber ganz schön knapp die Geschichte. Ja, das war Hawk Ride Motorrad Rennen So Nächstes Mal geht es dann weiter mit dem 9. Level Tomb Time Ansonsten würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs erstes. Ich hoffe es hat euch gefallen das Ganze und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss